Guten Tag, mein Name ist Sebastian Schröder von der Firma KART. Die Informationen in diesem Video helfen Ihnen die Möglichkeiten und Perspektiven im Bereich professionelle Fahrzeugaufbereitung unter einem neuen Blickwinkel zu betrachten, sowohl auch die Chance zu erkennen, wie man trotz der heutigen Marktsituation mehr Umsatz und Gewinn erzielen kann. In der heutigen Zeit ändert sich alles. Wirklich alles viel zu schnell. Die Pflegeprodukte werden immer ähnlicher, sodass man schnell den Überblick verliert, was gut und was schlecht ist. Die Dienstleistung wird immer günstiger angeboten, weil es heutzutage Mode geworden ist, immer billig, billig, billig. Dadurch leidet die Qualität sehr stark und selbst die jahrelangen guten Geschäftsbezüge gehen einfach zugrunde. All das muss wirklich nicht sein. Die Erfahrung zeigt, dass gerade die Firmen, die zukunftsorientiert Zeit und Geld in die fachliche Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren, bleiben mittel- und langfristig wettbewerbsfähig. Vor allem in der Wachstumsphase ist es sehr wichtig, die gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, so dass die neuen Mitarbeiter sehr schnell in die Arbeitsabläufe integriert werden. Das bedeutet für ein Unternehmen wenige Reklamationen, gesundes Arbeitsklima und die Begeisterung der Kunden, die bei hoher Qualität entsteht. Zu einem guten Konzept gehört zwangsläufig eine perfekte Produktpalette, die alle Bereiche abdeckt und lösungsorientiert in die Praxis umgesetzt werden kann. Die Firma Consigno bietet das gesamte Spektrum an Pflegeprodukten an, inklusive hochwertige Versiegelung und Beschichtung für den Autolack, verbunden mit dem starken Gedanken an die Umwelt. Im Bereich Aufbereitung perfektes Polierbild, selbst bei schwarzen Lackierungen. Das bedeutet höhere Kundenzufriedenheit. Im Lackierbetrieb der schnelle Finish. Das führt zu dem höheren Durchsatz und weiterer Empfehlung. Bei den Autohäusern das sichere Verkauf durch den perfekten Schutz der Lackoberfläche und gepflegten Innenraum. Das heißt, bessere Verkaufszahlen. In der Thüning-Szene der perfekte Auftritt der Fahrzeuge, was die Begeisterung der Messebesucher auslöst, was wiederum starke Positionierung und Departie auf dem Markt bedeutet. In der heutigen Zeit Consigno. Innovative Produkte, schnelles Einkaufssystem rund um die Uhr, maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildung. Als Schulungsleiter der Firma Consigno GmbH stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Auf der Seite Art of Car finden Sie die aktuellen Schulungen. Das sind drei Segmente. Basic, Pro und Segmentverkauf. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter, setzen Sie die Consigno Produkte ein und lassen Sie sich von extrem positiven Veränderungen begeistern.